Wenn die DKM ruft, dann folgt die Finanz- und Versicherungsbranche, so auch in diesem Jahr. Denn jährlich treffen sich hier rund 17.000 Profis und 700 Top-Entscheider, um wichtige Branchengespräche rund um Themen wie Finanzen und Versicherungen zu führen. Die DKM ist der Treffpunkt für Makler in Deutschland seit vielen Jahren. Es ist der absolute Fixpunkt im Jahr, Ende Oktober. Daran hat sich nichts geändert und wird sich hoffentlich in Zukunft auch nicht ändern. Die Beständigkeit, die ist einfach ein Erfolgsgarant. Das Besondere ist der hohe Anteil an Führungskräften, das hier vorhanden ist. Wir haben sehr viele Vorstände, aber wichtiger ist, dass wir auch die großen Maklerunternehmen vor Ort haben, dass alle großen Makler hierher kommen. Und das ist für mich die Qualität, weil Qualität zieht Quantität. Das nenne ich doch mal einen erfolgreichen Messabschluss hier am ersten Tag auf der DKM. Schön, dass Sie mit dabei waren und ich bin schon gespannt, was uns auf der DKM im nächsten Jahr erwartet.